Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es noch weitere Squad Building Challenge. Ihr könnt es sehen, heute geht es um die UEFA Top Spiele SPC. Und zwar ist die heute um 21 Uhr anscheinend released worden. Wir haben uns alle um 19 Uhr irgendwie gewundert, hä, keine SPC rausgekommen zur Champions League, ein bisschen seltsam. Und ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass noch eine SPC rauskommt. Ihr habt jetzt gerade eben erst gesehen, es ist 23 Uhr nach dem Bayern-Spiel. Und ja, jetzt sitze ich hier vor der Konsole und mache für euch das Video zu den UEFA Top Spielen. Da heißt es, Meisteren Challenges zu den dieswöchigen Top Spielen in der UEFA Champions League. Einen Tag und 19 Stunden ließ die SPC noch verbleibend und als Gruppen Award bekommen wir ein Prime Gold Spielerset in klein. Ja und falls ihr feiert, dass ich jetzt hier wieder vor der Konsole sitze, das Video für euch produziere, schon um kurz nach 23 Uhr, ja dann zerstört doch gerne den Like-Button. 300 Likes gehören wir als Ziel raus, wenn ihr täglich ein FIFA 20 Content feiert und noch nicht abonniert habt. Dann seid ihr hier genau richtig, dann lasst doch gerne ein Abo da auf kostenfreier Basis und gerne auch die Glocke aktivieren. So verpasst ihr wirklich keine weitere Squad Building Challenge in FIFA 20. Ja und kommentiert gern, was habt ihr gezogen in den UEFA Top Spielen, falls ihr diese SPC abgeschlossen habt. Prime Gold Spielerset geben wir schon mal, wie gesagt, als Reward, ein kleines davon. Und wenn wir jetzt mal reingehen in die UEFA Top Spiele SPC, dann sehen wir, wir haben zwei Segmente zum Abschließen. Einmal Spurs gegen Bayern, da habe ich eben schon mal reingeschaut. Ich musste tatsächlich eben zwei Bayern Spieler kaufen, die schon mal richtig, richtig teuer sind. Aber gleich mehr dazu. Dann haben wir noch Barcelona gegen Inter und hier bekommen wir zwei Packs noch zurück. Einmal ein Jumbo Premium Gold Pack und ein Prime Gold Spieler Pack. Also immerhin die beiden Rewards bekommen wir zurück. Und dann fangen wir einfach mal an mit Spurs gegen Bayern. Und da kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, falls ihr keine Bayern-Spieler habt, so wie ich jetzt eben. Leute, die sind teuer. Zwischen 9.000 und 10.000 Münzen, also ich weiß nicht, ob es dir das Ganze lohnt. Trotzdem, wir wollen uns das Ganze heute mal anschauen. Fangen wir an mit Tottenham, denn da brauchen wir mindestens zwei Spieler, wie ihr jetzt unter mir sehen könnt. FC Bayern mindestens zwei Spieler, England oder Deutschland mindestens zwei Spieler. Eine Teamgesamwertung von mindestens 75 und eine Teamschmie von mindestens 70. Anzahl der Spieler im Team sind dann 11. Ja und das auf jeden Fall, wie gesagt, diese SPC. Und damit wollen wir doch einfach mal anfangen. Wir gehen rein in die SPC und schauen direkt erstmal in der Premier League nach Spurs-Spielern, die wir haben. Und gucken, was wir da so gebrauchen können. Das Gute ist, wir haben hier kein hohes Rating mit 75. Und ich meine, bei 75 liegt auch die Chemie, sogar bei 70 nur. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Ihr seht, ich habe auch ein paar Spieler hier am Start. Die meisten werde ich gleich auf jeden Fall auf entspannter Basis gleich verkaufen. Van Yama kommt auf jeden Fall erstmal ins ZDM hier vorne rein, würde ich sagen. Und dann benutzen wir einfach den linken Mittelfeldspieler Cessin. Ja, haben wir damit schon mal einen Engländer am Start. Und dann gehen wir zu Bayern hin. Und da entscheiden wir uns dann für folgende Spieler. Ich weiß jetzt, welche es genau sind. Und zwar ist es einmal Ulreich, den wir hier nehmen. Zack, haben wir hier am Start. Und dann nehmen wir noch einen ZDM. Den müssen wir jetzt noch finden. Und das ist, soweit ich weiß, Javi Martínez. Das sind meine beiden Bayern-Spieler, die mich jeweils, und das kann ich euch hier zeigen, 9,2 gekostet haben. Und Ulreich 9,2 ebenfalls. Also Leute, das wird ein teurer Spaß, falls ihr keine Bayern-Spieler habt. Ich mache das Ganze natürlich jetzt hier nur fürs Video. Also 75er Rating dürfte jetzt kein Problem mehr werden. Team Schmied ist auch auf entspannt. Und Anzahlspieler im Team sind elf. Jetzt können wir einfach in eine Liga gehen. Die Deutschen sind abgehakt, die Engländer sind abgehakt. Und da gehen wir jetzt einfach mal in die Bundesliga. Und gucken, was wir da so Entspanntes am Start haben. So, gucken wir doch einfach mal nach. Also, wir haben zum Beispiel ein Redshaus am Start. Als weiteren Innenverteidiger nehmen wir dann einfach mal den Nordweit. Als Linksverteidiger haben wir da was am Start. Jawohl, sogar Plattenhardt. Wir könnten, glaube ich, hier sogar den Bronzespieler nehmen. Das dürfte kein Problem werden. Als Rechtsverteidiger, oh, da haben wir Kimmich. Den könnte ich nachher auch noch verkaufen. Also, wie gesagt, das Ganze könnt ihr natürlich dann auch nachher wieder nachbauen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Laune habt. Ist aber, wie gesagt, keine Pflicht oder so. Nur vielleicht, wie gesagt, für euch. Ich will euch ja helfen mit diesem Video. Und deshalb wollen wir das Ganze hier mal kurz abschließen. Also, nehmen wir die beiden in den Sturm. Haben jetzt schon mal 64 Teamchemie. Und hier entscheiden wir uns dann einfach für den rechten Flügel zum Beispiel. Vielleicht. Wenn wir denn da was am Start haben. Rechter Flügel. Wo bist du hin? Da vorne, zack. Da haben wir nichts am Start. Dann nehmen wir da mal ZM. Und da nehmen wir dann einfach mal... Welchen sollen wir einen deutschen nehmen? Wir nehmen Schlager. Und tauschen die beiden mal eben aus. Und hier nehmen wir vielleicht einen Premier League Spieler hin nach vorne. Und hier nehmen wir einen Innenverteidiger, weil wir ja keinen Rechtsverteidiger haben. Das dürfte... Oh, da haben wir einen rechten Ausverteidiger. Ne, haben wir nicht. Das dürfte aber kein Problem werden. Und das sollte auf jeden Fall von der Teamchemie und alles so weiter reichen. So, nehmen wir jetzt einfach einen Dicker. So, haben wir alles. 75er, 73er, Teamchemie. Und jetzt hier vorne im Sturm. Nehmen wir noch einen aus der Premier League. Und dann ist das Ganze, wie gesagt, ganz einfach geritzt. Wie gesagt, das Einzige, was teuer werden könnte... Und hier haben wir echt nur Giroud. Ach, Freunde, wisst ihr was? Ist egal. Nehmt den einfach. Nehmt da einfach irgendeinen Premier League-Stürmer, den ihr gerade finden könnt. Ist an sich komplett erstmal egal. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr 1 zu 1 nachbauen. Und wir gehen das Ganze nochmal kurz durch. Und dann gehen wir gleich auch direkt rein in die nächste SPC. Dicker als Rechtsverteidiger. Redsos, Nordweitz, Verko, Schlager, Javi Martinez, Vanyama, Cessinior. Und die beiden hier, wie gesagt, im Sturm. Ist überhaupt kein Problem für mich. Und wie gesagt, Walker-Peters und Gansiaga. Gucken wir mal kurz, was die kosten. Aber ich glaube nicht viel. Die werde ich auf jeden Fall gleich mal anbieten. Walker-Peters als Rechtsverteidiger. Vielleicht wegen der Position ein bisschen teuer. Aber ihr seht selbst der auch als Engländer nicht wirklich teuer. Ja, damit schicken wir das Ganze ab. Jumbo-Primo-Goldback bekommen wir. Das machen wir, denke ich mal, auch direkt auf. Und wir können das ganze Team hoffentlich jetzt mal absenden. Jawohl. Und dann geht es direkt gleich rein in die zweite SPC. Also wie gesagt, ich hoffe, ihr feiert es, dass ich das Video direkt raushaue. Sieben seltene sind am Start. Komm schon, Leute. Bitte. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, die beiden für 9000 Münzen zu kaufen, die Bayern-Spieler. Und wir fangen an mit einem Spieler. Mit welchem? Keiner wandt. Es wird ein seltener. Es wird ein 80er Salbi. Oh, der ist nach Argentinien gewechselt. Wusste ich gar nicht. War ja vorher in der portugiesischen Liga unterwegs. Und sonst jetzt auch nicht wirklich Spieler am Start. Kein Bayern-Spieler leider am Start. Ja, Catalyst. Kein Hunter. Kein Shadow. Schade auf jeden Fall. Gucken wir mal weiter, was wir da so Schönes haben. Also, was haben wir als nächstes? Barcelona gegen Inter. Gucken wir doch mal da, was wir hier brauchen. Barcelona oder Inter-Mailand. Mindestens zwei Spieler. Also nicht immerhin zwei Barca-Spieler und zwei Inter-Spieler. Das ist doch schon mal gut. Liga-Santa, der Spieler oder Serie A-Spieler. Mindestens sechs. Selten mindestens drei Spieler. Die Teamwertung eine 77. Also ein bisschen höher jetzt als eben. Ein Teamspiel von mindestens 80 und ein Anteilsspieler im Team sind elf. Ja, und da gucken wir doch direkt mal nach. Zum Beispiel in der Serie A und gucken, ob wir Inter-Spieler haben. Inter-Mailand. Haben wir nichts am Start. Was brauchen wir noch? Barcelona-Spieler. Da gucken wir doch dann da mal nach, ob wir Barca-Spieler am Start haben. Bitte lass mich Barca-Spieler am Start haben. Das wäre mega nice. Hab ich auch nicht. Ich kaufe mal eben zwei Stück und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde. Und da bin ich zurück mit den beiden Barca-Spielern. Sergio Roberto, zwei Sechs hat er gekostet und 1.900 Münzen für Alenja. Also nicht wirklich teuer wie eben zum Beispiel die Bayern-Spieler. Das ist schon mal auf jeden Fall positiv. Und wie gesagt, wir brauchen hier mindestens sechs Spieler aus der jeweiligen Liga. Selten brauchen wir auch mindestens drei. Da haben wir jetzt schon mal einen seltener am Start. Das Rating auch ein bisschen höher. Und ihr könnt jetzt einfach ganz entspannt in der La Liga zum Beispiel bleiben. Ich werde das Ganze auf jeden Fall genau so machen. Gehe in die La Liga und werden jetzt einfach drumherum die La Liga-Sante der Spieler herumstellen. Ihr seht es, ich habe einige am Start und deshalb werden wir die auch einfach benutzen. Hier zum Beispiel der seltene am Start. Das wäre der zweite seltene. Da brauchen wir noch einen. Das wäre jetzt zum Beispiel der Innenverteidiger. Da haben wir das auch abgehakt. Ja, und jetzt könnt ihr hier einfach ganz entspannt. Ihr könnt auch mehr seltene benutzen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Spieler hier jeweils reinstellen. Und dann wird das auch vom Rating her überhaupt kein Problem. Zack, 75. Im ZM haben wir dann nochmal Santigasolo. Den benutzen wir nicht. Auf dem linken Flügel haben wir da was am Start. Jawohl, haben wir auch. Nehmen wir einfach mal Sisto. Dann haben wir 74er Bewertung. Auf dem rechten Flügel haben wir in Oedegaard am Start. 76er Rating. Noch ein Rating brauchen wir. Und dann nehmen wir ZOM oder ZDM. Mal gucken, was wir da Schönes haben. 75er reicht der aus. Jawohl, das reicht aus. Und ihr seht wirklich, das ist wirklich eine simple Geschichte. Einfach wieder überhaupt nicht schwierig. Und wir gehen das Ganze kurz wieder durch. Falls ihr das Ganze doch 1 zu 1 nachbauen wollt. Aber ich denke auf jeden Fall, ihr habt immerhin oder mindestens Barca-Spieler am Start. Oder halt wie gesagt sonst Barcelona-Spieler. Also alles für Discard gekauft irgendwann mal. Und damit schicken wir das Ganze ab. Barcelona gegen Interfertion Prime Gold Spielerpack bekommen. Das ist doch auf jeden Fall schon mal richtig nice. Stellt sich also die Frage, was das 45k-Set für uns bereithält. Aber wir haben die UEFA-Tauschspiele auf jeden Fall damit abgeschlossen. Das ist sehr, sehr nice. Und ich bin gespannt, wie oft die auf jeden Fall jetzt noch kommen. Immer zur Champions League Woche. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, sonst würde ich auch sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt es auf jeden Fall gefeiert, dass ich noch eben diesen Upload gemacht habe. Und da haben wir die beiden Sets am Start. Noch das Prime Gold Spieler-Set in Klein. Und ja, mal gucken, was wir drin haben. Fangen wir damit einfach mal an mit dem Klein. Eine One-to-Watch-Karte. Das wäre auf jeden Fall heftig, wenn wir hier was ziehen könnten. Walkout. Ich nehme gern alles mit. Oh, das sieht gut aus. Kein Walkout. Auch keine Wand. Wir bekommen ein Giroud zurück. Haben wir den nicht eben abgegeben, Leute? Den haben wir doch eben abgegeben, Leute. Wie geil ist das denn? Wir bekommen einfach ein Giroud zurück. Da sage ich nicht nein. Und dann noch hier drei Spieler, die wir schon im Verein haben. Der Rest kommt auf die Transferliste. Und jetzt das 45 K-Set. Kommt schon, Leute. Drei, zwei, eins. Let's go. Kommt schon, bitte. EA, hau was raus. Hau bitte was raus. 9.000 Münzen pro Bayern-Spieler. Boah, ich glaube, war das mit einer Wand, oder? Jawohl. Er wird Torwart. Oh, Buffon. WTF. Ich habe ja mit jemandem gerechnet. Der ist jetzt 83er geratet. Ich habe mit 84er Perrine gerechnet. Es wird ein Buffon. Der ist jetzt noch 83er geratet. Oh mein Gott. Ich dachte, der ist 85er geratet oder so. Gar nicht mitbekommen. Gar nicht mitbekommen. Haben wir einen Bayern-Spieler? Ne. Leider nicht. Haben wir irgendwas anderes? Italienische Liga. Ja. Genua aber. Leipzig. Liverpool könnte vielleicht in den nächsten Top-Partien kommen. Ja, und der ist halt nichts mehr wert. Zapata. Also, so richtig gelohnt hat es sich auf jeden Fall nicht. Milner noch am Start. Ja. Erstmal würde ich sagen, alles in den Verein packen. Und dann müssen wir abwarten, die nächsten UEFA-Topspiele. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und damit soll es das gewesen sein mit dem heutigen Video. Wie gesagt, es ist schon mega spät. Ich werde das Video trotzdem droppen. Ich hoffe, es freut euch. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Zeigt Support. Und damit reingehauen. Bis morgen. Hoffentlich zu einer weiteren Squad-Building-Challenge. Und damit reingehauen. Wissen wir jetzt mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Ciao, Leute.